Dann haben wir hier noch weitere Verstau-Möglichkeiten. Ein Kleiderschrank für euch. Der ist sehr tief, der hat wirklich viel Platz und ihr habt hier auch noch so eine kleine Stange, wo ihr Klamotten aufhängen könnt. Hier hinten habt ihr auch noch mal ein großes Fach, wenn das wirklich richtig viel reinpasst.